Lords der Versammlung, ich bitte um Ruhe. Dieser Streit führt doch zu nichts. Wozu denn diese Verzögerungstaktik? Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm da streitig machen? Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschal, aber der graue Wächter ist zurück. Wir sollten den Wächter sprechen lassen. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Keridin war im Körper eines Ghulims gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Keridin eine Krone für den nächsten König von Osamar, auserwählt von den Ahnen selbst. Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Sagt uns Wächter, auf wen fiel Keridins Wahl? Wir haben in diesen Hallen schon zu lange debattiert. Es ist der Wille des Paragons, dass der graue Wächter die Entscheidung trifft. Ich schätze eure aufrechte Gesinnung, Wächter. Ihr habt euch in diesem quälenden Prozess stets ehrbar verhalten. Musik 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 Mögen die Erinnerungen euch für Wert befinden. Erster unter dem Lort der Häuser, König von Osamar. Musik Das werde ich nicht hinnehmen. Die Ahnen haben gesprochen. Soll ein Oberflächler das Schicksal der Zwerge bestimmen? Vorsicht! Sie sind bewaffnet! Wachen! 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 Wachen!